Bereit für einen Bombeneinschlag, der alles, was Sie wissen, erschüttern wird? Wir haben eine unglaubliche Entfüllung über einen Bayern München Spieler, die alle sprachlos machen wird. Es ist eine Geschichte, die so überraschend ist, dass sie die Grundfesten der Fußballwelt erschüttern wird. Aber zuerst möchte ich, richten Sie eine besondere Bitte an Sie, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie Benachrichtigungen, damit Sie keine Details zu bevorstehenden Enthüllungen verpassen. Stellen Sie sich vor, Julia Gwynn, die talentierte Spielerin der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern München, hat vom renommierten Playboy-Magazin ein Angebot für Nacktfotos erhalten. Aber Sie werden Ihre Antwort nicht glauben. Sie hat abgelehnt. Stimmt, sie hat abgelehnt Pose für das Magazin. Und sie hat einen ganz klaren Grund dafür. In einer überraschenden Aussage sagte Julia Gwynn, dass sie Playboy als journalistisches Produkt respektiere, es aber vorziehe, als Fußballspielerin auf dem Spielfeld hervorzustechen. Sie machte deutlich, dass ihr Platz auf dem Spielfeld liegt und ihre Fähigkeiten und ihr Talent zeigt. Aber Moment, es gibt noch mehr! In einem Interview erwähnte sie, dass es weitaus spannendere und wichtigere Themen zu besprechen gäbe, insbesondere in einer so aufregenden Zeit wie der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Julia Gwynn, eine europäische Zweitplatzierte, ist für sie bekannt mit mehr als einer halben Million Followern. Sie ist stark in den sozialen Medien präsent, wurde sie wegen einer Kreuzbandverletzung nicht zur WM berufen. Sie wird jedoch während des gesamten Turniers als ZDF-Spezialistin präsent sein. Es ist überraschend zu sehen, wie der Frauenfußball seinen Platz und seine Popularität erobert hat. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der deutschen Ausgabe des Playboy ist die Frauenmannschaft weitaus beliebter als ihre Männerkollegen. Florian Beutin, Chefredakteur des Magazins betont, dass Frauen wie Julia Gwynn den Erfolg und die Popularität deutscher Spielerinnen repräsentieren. Also, was halten Sie von dieser erstaunlichen Wendung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten. Aber gehen Sie noch nicht, wir haben noch viele weitere Enthüllungen, exklusive Analysen und faszinierende Geschichten, die wir mit Ihnen teilen können. Abonnieren Sie unseren Kanal, schalten Sie ihn ein Benachrichtigungen und seien Sie bereit, sich überraschen zu lassen. Die Welt des Fußballs wird nie wieder die gleiche sein, die nächste Enthüllung steht vor der Tür. Mia san mia! Bayern München für immer in unseren Herzen!